Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey! Hey! Da sind wir wieder. ZFF 72. Habt ihr das Thema schon gesehen? Nein. Schuldig? Ach so. Sorry, mir kommt nichts in den Sinn. Du wirst es wohl nicht glauben. Aber wir hätten es. Also, der Mann kommt nach Hause, ruft, sieht die Scheisse. Die Türen sind offen, dann sieht er das Blut verschmiert am Boden, läuft weiter ins Zimmer und seine Frau und die Toten sind. Und alle meinen, der war es? Der Fäuser ist schlussendlich gar nicht. Der ist ja voll scheisse. Der ist der klassischste aus jedem Hollywood-Film. Was ist das Besseres? Nein. Eben. Also, nehmen wir es. Aber wenn denn der scheisse wird, bist du schuld. Hand. Ich nehme den Hände und schlussend. Ich nehme den Hände und schlussendlich gar nicht.